Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei 2 und 2 Angriffe der Goblins. Und in der letzten Folge haben wir die Himmelsinsen erreicht. Wir müssen diese nun irgendwie bezähmen, ohne gleichzeitig von ihren Blitzplattformen geröstet zu werden. Was passiert, wenn ich an der Stelle ins Wasser Eis schieße? Okay, das war kein Eis, das war eine schwere Losigkeitskugel. Geh mal da oben hin. Oder irgendwo anders. Ja, genau, danke. Okay, man wird trotzdem geröstet. Wenn ich da eine schwere Losigkeitskugel hinschieße, kriege ich auch nicht wirklich was. Also nein, wir werden zu Tode gelünscht da drin. Was bringt einem das hier eigentlich? Achso, das soll ein Aufzug nach da oben sein. Okay. Genau, du bleibst schön da hinten. Komm schon. Will dich doch nur irgendwie da verkeilen. Ja, eigentlich könnte ich mich so verkeilen, oder? Äh, der Alt ist da geblieben. Ist ja da geblieben. Geht hier hoch. So. Jetzt. Komm. Fuß, Fuß. So. Perfekt. Und wir können hier rumschwimmen. Ich lass mich doch nicht so blöde Sitzplattformen hier in die Schranken reisen. Wo bin ich denn? So, hier ist noch ein Fass. Aber die restliche Erfahrung, da möchte ich eigentlich auch noch gerne ran. Okay, an die kommen wir wahrscheinlich nicht so leicht ran. Und da müssen wir wohl überfliegen. Na, 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 na. Runter. Wälder hoch. Danke. So. Na, jetzt können wir fliegen. Und jetzt könnten wir, glaube ich, das Gesicht auf das Ding noch beeinträchtigen, ne? Ja, könnten wir. Aber so kommen wir wenigstens an das da ran. Und das da oben, das lassen wir dann mal in Ruhe. So. Oh, hallo, Goblins. So, ein Gericht der Ökotombin hausen. Okay, Mr. Wurm. Ich wähle eins auf die Nuss. Kommst du her? Genau. Äh, nein, das ist es weniger gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Das werden wir nämlich bei dem Wurm gefressen. Bis es wäre, das haben wir schon eine Kiste auf seinem Kopf. Aber das klappt nicht so wirklich. Aua. Okay. Zurück zum letzten Checkpoint. Das gibt's doch nicht. Hey. Oh Gott. Das gibt's doch nicht. Nach dem Bein. Wie geht's denn wieder hier hin? So, wir keien jetzt erstmal die Plattform da wieder ein. Wenn wir das denn durften. Wenn unser Magier nichts sagt, nö, ich hab keine Lust da hochzurücken zum 22. Mal. Und jetzt weg mit diesem Wurm. Wurm. Genau. So, weg bist du. Nerviges Viech, das. Das reicht nicht. Das reicht aber. Okay. 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 Wow, was kommt da für eine Plattform angefahren? Äh, nein, das war nicht richtig. Du sollst dein Schild in die Luft halten und damit da rumsegeln. Aber heute scheint jeder ein bisschen was, ein bisschen nicht erlandet zu sein von denen. Okay, was bist du? Oh. 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 Ah, sehr schön. So, klappt das einigermaßen. Ah. Ah ja, ich verstehe schon. Jetzt wird da wieder so ein Wurm drauf geworfen. Jetzt kommt es wieder hierher gefahren. Gut. Jetzt können wir nämlich hier hoch. Aua. Jetzt kommt es schon wieder so ein. Aua. Was hast du mich da hochgebritzt? Na, das war wirklich das Schild. Ah, den Einer ist gut gebritzt. So, ich würde hier so ein Scharmale noch weg. Na komm, ich stelle mich doch noch weg, oder? Oh, ein Glockenspiel. Und Level Up. Schade. Okay, ein Glockenspiel. So, jetzt senken wir mal die Plattform ab. Die eine Erfahrung ist weg. So, und wie geht es jetzt hier weiter? Okay, das war schon mal die richtige Glocke, denke ich mal. Nein, das ist die falsche. Richtige. Nein. So, jetzt aber. Das war so nicht geplant. Komm her. Nein, nicht so, nein. Ich will nicht kaputt geblitzt werden. Das stand nicht so im Programm. Ich nehme alles zurück, was ich über dieses Gebiet gesagt habe. Es ist saunervig. Sieht trotzdem schön aus, aber es ist saunäßig nervig. Hier über die Plattform. Und es kommt auch noch ein Würm. Jetzt kommt auch noch ein Würm, weil die mich vereiselt worden ist. Ja. So, und jetzt auf die Plattform wieder. Jetzt rüber auf die Plattform. Müsstet ihr mich hier hochbringen, genau. Und der Wurm. Komm. Weg mit dir. Ja, so ist gut. Nun, zur nächsten Frage. Einfach, ah ja, einfach wieder runter. Ist so. Baaah. Nicht ganz so nie geplant. Okay. Ja, ja, bitte ruhig ein paar Mal. Wie nur. Na. Komm hoch. Danke. So, danke schön. Ah, das sieht nach Bossfight aus. Ja. Ach nee, nicht schon wieder so. So, dicker. Okay. Okay. Nein, da frisst ich mich nicht gewiss. Äh, aber jetzt checkt heute. Stirb. Stirb einfach. Genau. Einfach sterben. Vielen Dank. So, und hier geht's weiter. Metallmagnetisierung. Äh, Metallmagnetisierung. Ähm, nein, lieber so ein Ding. So sind wir wenigstens hat die Erfahrung noch angekommen. Okay, äh, weg mit die Felsen. Und dann würde ich sagen, der ist auch eine gute Gelegenheit, um mal wieder einen Cut zu machen. Also, bis gleich.